Ok So, hier sind ein paar Hello Kitty Pflaster Wird dankend angenommen Und dann werden wir dankend speichern So Gut, ja Ok, dann würde ich sagen, haben wir hier erstmal alles wieder Hier haben wir einen roten Schalter Was auch immer der jetzt bringt, aber er ist halt da So Dann haben wir hier noch einen Schalter, da kommen wir aber hier nicht weiter Irgendwie sowas war das Doch, da kommen wir sehr wohl weiter Dann werden wir mal hier mal gucken, was wir hier noch haben So Bevor ich die nächste Tür mache Ja, genau, gibst den ollen Hell Knight Na Ach, der Manku traut sich gar nicht zu schießen, weil da ein Hell Knight ist oder was Der Hell Knight ist ein Arschgesicht, verstehst doch Der hat dir dein Frühstück weggenommen gehabt Naja Bin dann so undankbar, dass ich ihn dafür bestraft hab Ein schönes Pausenbrot So Ach, was willst du jetzt schon wieder, hä? Meinst du, du hast was zu melden, hä? Das war ein Chain Gun auf jeden Fall Stirb Halt nicht so viel aus und stirb Ah, das war für's Beuchle Ne Gutes Schrot für den Magen Das verdaut sich gut Das verdaut sich absolut prima, glaub mir Das ist richtig gute Nahrung Richtig gute Kosten, ne Ey Sterbern Du auch Da ist noch einer, glaub ich Ne, da sind Raketen Bam Au Das ist heiß Wie ich mich jetzt hier eingekesselt hab Wahnsinn Wie ich mich jetzt hier eingekesselt hab Wie gut, dass da mal Kubis grad mit anderen Dingen beschäftigt ist Das finde ich gerade fantastisch Wie war doch eben der Imp? Na also Haha Jaaaa Immer diese Arbeitsunfälle Die sind schon etwas unangenehm, ne So Warum lebt das noch? Ich hab da so viele Raketen gedonnert Ganze vier Stück Aber ihr braucht einfach noch mehr davon Da muss die altbekannte Sniper-Shane-Gun her Ah, das ist doch nicht wahr Na also Das holt auch mal Zeit, dass das Ding sich mal schlafen legt, ne Will er seine Mittagspause nicht machen Ah Ah Der muss sie aber machen Also wird er dazu gezwungen So Ein schönes Mittagsschläfchen So Gut, hier ist nichts mehr Da sind ja, da sind noch ein paar Hellenart-Arsch-Gesichter Oh, sehr schön Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö was soll der Unsinn oh noch mehr Nachschub das ist ja wunderbar da können wir ja einen richtig guten Grill abmachen wieder ne wieder einige Familien einladen hier bei so viel Fleisch so oh ich liebe den neuen Supershotgun Sound der ist einfach drauf boom und der Rest tut die Knarre oder auch ein Faustschlag wow warum hast du mich jetzt so scheiße gefunden weiß nicht nicht so der muss weg ach der lebt auch wieder shit so Faustschlag Nummer 1 Faustschlag Nummer 2 machen wir für dich einen guten so oh oh na willst du es drauf ankommen lassen hm ja lass mich da hoch und jetzt bist du hinüber so ach das war der der hier hinter stand ah ja jetzt ist alles klar hier sind noch hoffenweise Secrets zu finden die ich bisher noch nicht so gefunden habe aber aber nun ja irgendwann werden wir die wohl auch noch finden müssen vor allem wieder versteckte Schalter und ja und Kisten abgucken das sind ja die Nummer 1 Verstecke bei diesem Speed of Doom Gedönse so gut aber hier ist nix da war noch ein Pflaster okay speichern wir das mal übel ok 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 ja dann dann können wir da rein würde ich sagen uuuh ach nicht du schon wieder nein vergiss es so sieht das besser aus so na hat's geschmeckt ich hoffe doch hm hier ist nix wie es scheint gut man weiß ja nie ne kann ja immer irgendwo ein Secret hinter stecken wer kommt da runter niemand ja den Fahrstuhl lasse ich jetzt erstmal in Ruhe denn ich will wissen was hier noch ist nix ein Pflaster ist hier noch ein Pflaster aber sonst ist hier eher nichts na gut kann aber auch natürlich sein dass ich hier irgendein Secret über sie das ist halt immer nicht auszuschließen so so ein Imp weniger schieß mal Spinne jawoll da schießt ne ganze Ecke grad los immer diese Arbeitsunfälle das gibt's ja nicht dass ich da unten na weiß gar nicht was ich dazu sagen soll sprachlos jawoll du willst dich also an mich vergreif'n ich sterb halt du noch perfekt pass läuft so okay ich komm hier nicht weg ah verdammte Schelle nochmal nee das ist scheiße was bin ich denn jetzt gelandet da kommt noch ein Imp ah was ist denn das Mensch sterb halt na also ach nein kotze ich hasse es so jetzt speichel ich das aber so Schluss jetzt hier ach ich liebe die Lost Soul Platte das ist viel wichtiger genau äh lebt ja noch stirb na also geht doch brauche mich gleich so gut da oben ist nix mehr okay oh da kommt ein Imp so zack weg ist es stirb wie du echt noch zwei Schüsse brauchst bitter 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 okay hier ist ganz schön viel Blut muss man sagen krasser shit was denn hier bloß passiert dass hier so viel Blut liegt da unten ist auch noch irgendwas da muss man ja auch irgendwie hinkommen oder rein theoretisch muss das doch gehen die ist auf jeden Fall Pflaster äh nö das wollte ich jetzt eigentlich nicht will ziemlich noch ein bisschen umsehen eigentlich vorher noch aber hier sieht das eher flau aus mit dem Secret Wind oder sowas na gut dann speichern wir uns jetzt mal über so ok ok oh wir haben noch so viele Secret zu finden wo sollen denn die alle noch sein ich finde hier ja gerade nen scheiß mensch 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 ok wie auch immer ah jetzt können wir die pläten vielleicht weiß ich nicht mal gucken ich bin mir sicher dass man die Markubus nicht alle Mann elbich hätten muss der kann bestimmte Cyberdemon machen nachherfeln bis was war hier los bis bin ich eben was aufgegangen da habe ich das falsch gesehen vielleicht habe ich das auch falsch gesehen oder gehört oder so ne das ist jetzt zugegangen glaube ich ne oder wie das bin ich gerade jetzt ernsthaft verwirrt sehr gut so wollte ich das haben das war der Plan so what the fuck wie konntest du das noch überlebt haben bei der Cyberdemon so wenig Schaden dir gemacht oder die BFG scheint wohl diesmal sehr schwachen Schaden bei dir gemacht zu haben aber egal zwei Shotgunsch ist noch mehr ist auch nicht das Thema wichtig war dass der Cyberdemon schlägt ich finde es interessant dass die Spinde gegen Cyber gewonnen hat gute Sachen ja gut die macht auch ganz gut Schaden die Spinde so so jawoll perfekt tja so ein Shit naja das ist bitter ich weiß so so jetzt können wir uns den gelben auch noch holen vielleicht ist das auf der link oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Haha, ich wette, ich habe ein Secret gefunden. Jawoll. Das ist cool. Schönes Secret auf jeden Fall. War entdeckbar. So. So. Okay. Ich muss da auf die Seite irgendwie rüber. Oh. Ich sehe da ganz große Probleme auf mich zukommen. Das hört sich sehr gut an. Totale Zufriedenheit. Okay. Und das täglich auch hier runter. Ach du. Oh. Fucking Ultra Shit hier. Ich fehlten gerade die Worte dafür. So. What the fuck? Das hat gar keinen Schaden gemacht. Erzähl mir nichts. Das war so. Soll ich denn die alle töten? Mensch. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ah. Wo geht das hier mal raus? Ich muss mich mal hier sprechen, dass ich das mal weiß. Oh mein Gott. Das ist ja völlig unmöglich hier. Ach komm. Soll doch da mal eher hin. Was ist das? Ich muss eher hin. Das ist die einzige Chance, gegen die Dinge anzutreten. Ah komm. Arschlecken, Mann. Ach, das ist doch zum Kotzen. Oh. Wir müssen erst mal hier wieder rüber. Das ist das sinnvollste. Und dann. Oh. Ist die erst mal down? Komm, die scheiß Viecher. Ah, diese blöde Kackwurzel. Geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Shit. Wie ich hier schon wieder irgendwo fest hake. Ist doch einfach zum Kotzen. Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest. Kann der Gott sein. Immer hackst du irgendwo fest. Wo denn jetzt schon wieder? Ich hake immer irgendwo fest. Nicht schön. Menno. Wieso hake ich denn bloß immer irgendwo fest? So. Jetzt aber. Jetzt geht's aufs Maul. Da hab ich nämlich gerade ein schönes Versteck gefunden. Soll ich jetzt loswerden? So. Geht doch. Ihr wart vielleicht nervig. Ich wüsste das. Ich kann's gar nicht in Worte beschreiben. Wie kacken nervig ihr wart. So. Das muss man euch ja wirklich mal lassen. Ihr wart echt schlimm. Das ist ja auch interessant. Der Schalter. Oh mein Gott. So. Was haben wir hier? Das muss man umsehen. Hier, ne? Muss sie sein. So. Dann haben wir hier. Was ist denn? Was ist denn das für ein komischer Ort hier? Ein Pinky auf jeden Fall. So. Weg mit ihr. So. Ja. Jetzt. Jetzt passiert das, was ich. Ah. Jetzt passiert mein Vorhaben. Nice. Ich hab doch gewusst, dass wir den Cyber nicht töten müssen. Uh. Falsche Richtung, würde ich mal sagen. Genau. Da muss das hingehen. Das Feuer. So ist das richtig rum. So gefällt mir das. Jetzt allerliebst. Wer wird gewinnen? Die Mankus oder der Cyber? Na, kann das mal weitergehen da? Ach, kommt schon, Jungs. Das muss doch mal weitergehen. Na, also. Nehmen wir nicht bis morgen Zeit, ne? Hm. Das dauert echt ein bisschen lange, muss ich sagen. Wie geht's denn hier zurück? Oh, hi, Jungs. Wieso seid ihr auf einmal hier? Achso. Das ist quasi die Rückseite. Okay. Oh, geht auch gut. Problem lösen sich von ganz alleine. Das ist ein gammeliger Ort. Na, so geht's eigentlich. Ganz ambisant. Na, also. Aber was? Noch einer. Irgendwann. Das will man ja auch nicht glauben. Gemein gemacht. Wie der halt echt noch einer ist. Können wir nicht hier auch Tele folgen? Stimmt. Ich mach das dann einfach nochmal. Ne, nicht hier hin. Was mach ich hier für einen Unsinn? Nicht da hin. Jetzt geh ich schon wieder da hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. slower.